Es gibt halt viele Markierungen, aber keine ist eindeutig, welche zum Schamanen führt. Ich meine, ich habe den Kopf da oben gefunden. Jetzt finde ich hier einen Haufen Grasbüsche. Aber ob die richtig sind, kann mir auch keiner sagen. Na, ernsthaft? Ich habe gerade den Weg zum Anfang gefunden. Oh Gott. Ich bin ein Haufen Grasbüsche. 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 Oh, das ist eine Sackkasse. Okay. Ich würde mal langsam vorschlagen, wir laden den Speicherstand. War das der? Ja. Jetzt gucken wir uns einfach mal hier um. Erstmal nach da oben. Erstmal nach da oben. Erstmal nach da oben. Jetzt Cory oder Sie. Entweder好不好 nach unten sind zu vers Yahin. Erstmal nach der Öshiprib switching office. Erstmal nach da oben. Erstmal nachensible不会 sein. Okay, hier oben sind nur Sackgassen. Laden wir einfach am besten nochmal. Äh, schicken die alle mal kurz schlafen. Also oben lang brauchen wir nicht gehen. Bleibt nur unten lang. Das könnte ja auch wirklich sein, dass wir schon lange am Schamanen vorbeigelaufen sind. Und hier gerade in die völlig falsche Richtung in Irren. Gut. 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 Kann aber auch sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gut. Und wisst ihr was? Ich glaube, diese Aufnahme-Session können wir noch in der Höhle verbringen. Und für die nächste Aufnahme-Session gucke ich dann einfach, wo wir hin müssen. Gut. 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 hier könnte jetzt auch wieder richtig sein darum ist glaube ich der kopf mit bier so irgendwie ja da gerade noch recht hungrig ist so schlag durch mal ruhig alle die bäuche voll kann auch sein dass wir jetzt hier ins indianer lager kommen ich hoffe immer noch dass das x das ziel markiert kann aber auch ein gps sein du läufst jetzt in die komplett falsche richtung hier hast du genug nahrung wieder zurück zu kommen weil hier machen wir wieder ein schlenker aber es ist alles hier dermaßen mit nahrung vollgepackt also mit bärbüschen irgendwas muss das doch bedeuten dass wir da unten rauskommen das wäre es jetzt wir steuern jetzt wieder auf das x zu so dass ich gerade mal pennen legen dann essen ach komm weil der weg ist jetzt auch wieder recht lang und ich hoffe einfach mal dass wir da nicht noch aus der höhle wieder rauskommen müssen ok indianer ja 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 ha ja ich Eine riesige Sackasse. Gott, ey. Dann eben mal hier runter. Wir waren vorher da langgegangen. Jetzt gehen wir hier lang. In die nächste Sackasse. Ernsthaft. Nein, ich lasse das noch bleiben. Ich bin irgendwie immer wieder versucht, hier mal aufzudringen. Aber ich glaube, das mache ich dann irgendwann mal offscreen. Okay, oben lang Sackasse, unten lang Sackasse, hier lang. Gab es hier lang noch eine Abzweigung? Bin ich mir jetzt nicht mal mehr so sicher. Ja, gab es. Wir sind hier lang gegangen. Was ist hier oben? Oh, noch eine Sackasse. Wer hätte es erwartet? Gut, wir können hier mal weitermachen. Erst mal jeder essen. Und dann hier lang weitergehen, weil wir sind das letzte Mal da lang weitergegangen. Oder wir gehen zurück und gucken einfach mal, wo der Kopf hinguckt. So, einige, alle einigermaßen satt. Gut. Weil weder die oder die Abzweigung führen auch wieder ins Indianer, in Richtung Indianerlager. Aber ich glaube, die sind wir gegangen und die gingen nirgendwo hin. Kopf könnte ja bedeuten, dass das der richtige Weg ist. Und dann geht's. Ja, will?